Norddeutscher Rundfunk 2021 Jetzt dürft ihr grasen. Na, wie macht sie sich? Was meinst du? Ja, das vermute ich auch. Na los, helfen wir der kleinen Besserwisserin, bevor sich diese Sturköpfe entschließen, wieder nach Hause zu laufen. Ja, hier geht's lang. Wir sind gleich da. So ist es brav. Ich höre wohl die Käseglocken läuten. Siehst du, wir schaffen es auch ohne den Stock. Na, wenn schon. Du bist mir trotzdem was schuldig. Hm? 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 Hm. Hm. Gibst du mir etwas davon ab? Nur wenn du versprichst, ab sofort zu gehorchen und nie wieder eine Frage zu stellen. Ich verspreche es dir. Und jetzt wird es Zeit für einen kleinen Nachtisch. Hm? Hm? Was soll das sein? Das ist was Leckeres für die Ziegen. Sie mögen es wirklich sehr. Willst du mal kosten? Hm? Uah! Uah! Ach ja, das habe ich vergessen dir zu sagen. Es ist ein Salzstein. Hm. Das ist überhaupt nicht witzig. Es war ein Scherz. Du bist doch diejenige, die immer alles ausprobieren will. Du könntest etwas netter zu mir sein. Ach komm schon. Das war doch nicht ernst gemeint. Immerhin bin ich so nett, hier auf dich aufzupassen. Na los, Schecke. Das reicht uns jetzt. So, es ist Zeit für mein Schläfchen. Bleib in der Nähe. Hm. Oh. Ah! He-he-he. He-he-he. Warte! He-he. Huuui! He-he-he! He-he. Huui! He-he. Das ist wunderschön.